Ey, du weißt nicht, was mir gestern Abend passiert ist. Meine Mikrowelle ist einfach explodiert. Kennst du auch diese Froster-Mikrowellentüten, ne? Ach so, ja, ja, die kenn ich. Die gehen immer voll schnell in der Mikrowelle. Genau, die hab ich dann aufgemacht, ne, und mir so angerichtet. Warte, und wo hast du das drauf gemacht? Auf einem Teller? Ah, ach so, okay. Und weiter? Auf jeden Fall hab ich dann so die Tür aufgemacht und dann das... Von wo? Von was hast du die Tür dann aufgemacht? Die Tür von der Mikrowelle. Kann ich jetzt meine Geschichte zu Ende erzählen oder möchtest du noch 5.000 andere Fragen fragen?